Wie wichtig regionale Kooperationen und enger Austausch sind, das hat uns alle der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verdeutlicht. Wir müssen etwas dafür tun, dass wir Frieden und Sicherheit in Europa gewährleisten können, denn der Frieden ist, das zeigt dieser furchtbare Krieg, ja leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich begrüße sehr, dass Bosnien-Herzegowina sich mit der Ukraine solidarisch gezeigt hat und zeigt und sich auch zu den Sanktionenregen Russland bekannt hat. Nun hoffen wir, dass auch die nächsten Schritte in diesem Zusammenhang umgesetzt werden können. Wir wissen, die Sicherheit und Stabilität im westlichen Balkan ist nicht selbstverständlich. Man muss aktiv immer wieder etwas dafür tun. Da spielt Bosnien-Herzegowina eine ganz zentrale Rolle. Jeder Versuch, die Souveränität und die territoriale Integrität des Landes infrage zu stellen, ist für uns inakzeptabel. Deshalb unterstützen wir auch die wichtige Rolle, die der hohe Repräsentant bei der Förderung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte spielt. Seine Bemühungen tragen dazu bei, die Umsetzung des Dayton-Abkommens von 1995 zu überwachen und damit den Frieden zu sichern. Vielen Dank. Vielen Dank.